Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Verstellung hier auf Corona. Wir schauen uns jetzt die Marseille Ferguson 3000 Series an, Version 1.0. Kommt und vom Modder Bluha gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden unter Mods und DLCs. Und dann Marseille Ferguson MF3000 und oder unter Fahrzeuge und Kompakttraktoren. Tja, wir haben ein gutes Stück. Marseille Ferguson 3000, 95 PS Leistung, manuelles Plus Lastschaltstufen. Wir haben 170 Liter Diesel, 40 km Max Speed, 5,4 Tonnen Gewicht. 49,5 in der Anschaffung, 2524 im Leasing. Wir stehen mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Anhängerkupplungen, Frontlader, Anbau, Motorausführung und Kennzeichen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Konfig-Blöcke zur Verfügung. Wir haben Drellerburg mit Reifenvariante Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten und Zwillingsbereifung vorne und hinten. Das gleiche hier nochmal bei Michelin, nur ohne Pflegebereifung. Bei Continental ebenso. Mitas, da haben wir dann nur Breitreifen mit Gewichten, ohne Gewichten, Zwillingsbereifung hinten und Zwillingsbereifung vorne und hinten. BKT auch hier wieder, auch keine Zwillingsbereifung mit dabei. Frede Stein, auch hier das gleiche Spiel in grün. Und Nokia an reine Kommunalbereifung. Anhängerkupplungen haben wir einmal Standard und einmal Frontgewicht. Also vorne keine Dreipunktaufnahme möglich. Frontladeranbau haben wir entweder nein, Quick Hauer. Und Moderausführung MF 3095, 3115, 3120. Heißt im Umkehrschluss 195, 115 oder maximal 120 PS an Leistung. Kennzeichen soll es selbsterklärend sein. Schauen wir uns das gute Stück in dem Falle hier an. Marseille Ferguson 3120. Ändert sich natürlich auch, je nachdem, was ihr da auswählt. Ist klar. Ja, wir haben hier, wie gesagt, die Trelle-Burgbereifung mit dabei. 380, 70, R28er vorne mit drauf. 520, 70, R38 hinten. Von den Dickels her sieht soweit alles schnieker aus. Alles knackig scharf, kann man nichts dagegen sagen. Vorne Marseille Ferguson Logo, Kennzeichen. Frontgewicht, sofern ausgewählt, Fahrtleuchten. Dann weitere Fahrtleuchten und Blinker. Arbeitsleuchten hier nach oben. Wir haben überall Kollisionen. Klitschen also auch nirgendwo runter. Ebenso, Tobi, gegenüberliegende Seite hier das gleiche in grün. Bremssichter, Blinker, rückwärts leuchten. Natürlich alles wieder hinten mit dabei. Arbeitslampen hinten. Kennzeichen, Kennzeichen, Beleuchtung. Und halt hier die üblichen Anschlüsse. Der Innenbereich sieht soweit auch alles schnieker aus. Wir haben drei Spiegel. Links, rechts, plus einen Rückspiegel. Die sind soweit alle in ihrer Form. Ansonsten hier drin auch alles mehr als knackig scharf. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran, dass ihr das seht. Also wunderbar. Kann man nichts dagegen sagen. Das ist Textur-Technik soweit einfach Tobi. Deswegen Textur-Warn top, top. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, Sound hört sich soweit eigentlich auch ganz gut an. Müsste Standard-Sound sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also why not. Mir gefällt der. Ist aber halt auch immer Geschmackssache. Ihr wisst es ja, wie es ist. Thema Funktionalität. Eine Hand ist am Lenkrad. Die arbeitet soweit. Mit dem Beinchen selber wird auch gearbeitet. Wenn wir schalten müssen, geht die rechte Hand hier an die Schaltknüppel immer mal dran. Also so wie man das Ganze auch kennt. Wunderbare Sache. Spiegel links und rechts funktionieren ohne Probleme. Ebenso der Rückspiegel. Sind auch soweit Tobi eingestellt. Ansonsten haben wir hier im Innenbereich Animationen. Wobei das auch gereicht. Das ist einmal die Pedale. Einmal die Schalthebel. Die sich mitbewegen vorne in den Armaturenbereich. Seht ihr das Ganze auch animiert. Also auch da alles zu bester Ordnung. Wir haben hier oben noch die Uhrzeiten mit drin stehen. Nur und dann verließen sie ihn. Aber soweit alles. So, gehen wir einmal in die Nacht hier. Ne, so rum. Dankeschön. In die Nacht hier mit rein. Ihr seht, wenn ich hier separat Blinker anschalte. Seht ihr, haben wir hier vorne da die Beleuchtung und alles mit dazu. Wenn ich separat Licht anschalte, werden hier noch kleinere Elemente mit beleuchtet. Jetzt nicht allzu viel. Aber ihr seht hier vorne ist auf jeden Fall da alles mit dabei. Blinker vorne, Blinker hinten. Sind soweit da. Reflektieren soweit auch. Und umleuchten haben wir ja in dem Fall hier leider keine. Ansonsten normales Fahrtlicht. Hinteres Arbeitslicht. Vorderes Arbeitslicht lässt sich separat wie immer mit Numpet 5 und Numpet 6 aktivieren und deaktivieren. Kennzeichenbeleuchtung ist auch mit dabei. Funktioniert auch ohne Probleme. Hube. Ja, ist so eine Standard-Hube, die wir auch schon drei Millionen Mal gehört haben. So, Thema Fahrphysik. Alles beim Alten. Werdet ihr jetzt wie gesagt im Vergleich zum Standardspiel nichts Besseres oder Schlechteres feststellen. Wir haben 41 kmh statt 40. Okay, da wird uns mal 1 kmh geschenkt. Ist da auch nett. Aber Blua baut ja auch immer hier noch ein bisschen Spielereien mit ein. Und zwar mittlere Maustaste gedrückt halten. Also Mausrad links, rechts. Kann hier die Tür geöffnet und geschlossen werden. Das geht auch alles sehr sanft von der Hand. Beide Maustasten gedrückt halten. Könnt ihr hinten die Heckscheibe öffnen. Und wiederum schließen. Auch das in dem Falle kein Problem. Die Frontladerteile passen sich soweit auch an. Also wenn ihr Quick oder Hauer nehmt, das ist da relativ egal. Also sofern ihr es richtig ausgewählt habt. Auch das funktioniert ohne Probleme. Und dann testen wir nach hinten wieder mit unserem tollen Flug, wie sich das mit der Heckhydraulik verhält. Aber da kann ich euch schon mal spoilern. Ist auch alles oder wird alles zu eurer Zufriedenheit sein. Ja, natürlich indem ich hier erstmal das Ding komplett rüberschiebe. Aber machen wir den einmal so. Auch kein Problem. Fahren wir hier einmal rückwärts ran. Ihr seht, dynamische Kabel, Schläuche, Sound ist mit dabei. Alles sauber. Glitscht nichts rum. Geht bis zum Boden. Und auch da hier, ihr seht, alles zu eurer Zufriedenheit. Oder sollte zu eurer Zufriedenheit eher gesagt sein. Ja, wenn wir uns noch den Lok anschauen, seht ihr, das ist sauber. Wir reden hier ca. von 8 MB. Könnt ihr in dem Falle also auch keine Fehler machen. Nun, einen Daumen und Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, hau der Renne. Tschüss, Siegowski. Tschü, tschü.